Den gesperrten Davis und Boateng und den Langzeitverletzten Douglas Costa und Tolisso sind die Bayern abgehoben Richtung Leipzig. Und mit dabei ist Tanguy Nianzu, der zuletzt monatelang ausgefallen ist mit einem Muskelbündelriss, ist sozusagen das erste Mal wieder im Kader nach seiner Verletzung. Und die große Frage wird sein, wen wird Hansi Flick vorne für Robert Lewandowski aufbieten? Und da ist die Frage, Schupo Mutting oder Serge Gnabry, meine Meinung ist, dass es dann am Ende Schupo Mutting sein wird.